Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich gehe jetzt hier die Stiegen hinunter. Eine sehr merkwürdige Anlage hier. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr eigenartig. Wir müssen aufpassen, dass ich niemanden... Ich meine, ob das nicht auch... Könnte sein. Aber wenigstens ist ja dann uralt. Das muss sehr alt sein. Und die Lächer da oben hinten... Das ist eine große Zeche. Wir müssen aufpassen, wenn unsere Gruppe hier zum Teil ist. Ja, Wahnsinn. So, hier ist es schön glatt. Ja, hinunter geht es immer leichter, gell? Die sind drüber. Vor allem die gehen schneller. Nein, hier ist es noch relativ trocken. Aber hier außerhalb ist es doch etwas rutschig. Und es ist wirklich sehr, sehr steil. Nein, nein, bitte. Nein, das ist ja bemerkenswert, was wir hier sehen. Das ist sehr bemerkenswert. Also hier sieht man. Na, sehr beeindruckend. Ich gehe da lieber durch, weil an dem Baum kann ich mich hier leichter anhalten. Aha, hier kann man wieder gut stehen. Das ist wahrscheinlich für die Post. Das ist der Briefkosten gewesen. Man weiß ja nicht, wie das damals hier üblich war. Das ist spannend. Es schaut aber, naja, ist es eine Winderosion. Es schaut ausgewaschen aus. Sehr spannende Formation. Genau. Und hier ist eine Gebrauchsanleitung, was ich da so gelesen habe. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, hätte man nicht gedacht, dass wir heute noch so einen aufregenden Platz hier kennenlernen dürfen. Und drüben ist halt, wie gesagt, dieser Harzberg. Harz kommt ja auch noch vom germanischen Wort. Hart, der Wald. Der Waldberg. Ja, und jetzt geht es wieder bergauf. Ich muss nur aufpassen, weil unsere Leute dort oben stehen. Und ich möchte niemanden unbeabsichtigt und ungefragt filmen. Und gut, das war's. Ende.